So, alles auf Wuppel schieben? Nein. Du, du. Wow, was macht der da? Was macht der da? Du stirbst jetzt, du stirbst jetzt. Ich würde eine Enderperle haben. Nice! Aber keine Enderperle bekommen, nur ein Enderman-Kopf. Ja, der bringt leider nicht so viel. Nicht so viel, leider. So, äh, was? Ich hab meine Axt eingepackt. Was bin ich denn für ein Depp? So, Slash-Chest, äh, tue ich das mal alles hier rein. Boah, hab ich viele Sachen. So, die Erze werde ich dann nicht mehr weitermachen, da hab ich keinen Bock mehr alles. So. Ich tue hier noch die Kartoffel rein. So, das klingt auch schon mal viel besser. Hm. So, ne gebratene Kartoffel dazu. Ich will jetzt hoffen, dass hier keinen Monster spawnen. Ofenkartoffel. Dann ruhig noch werden, aber ich will hoffen, dass jetzt hier auf der Plattform holt. So, ich jetzt brauche keine Monster spawnen. Es leck, es leck, es leck, es leck, es leck. Und es geht wieder. Wer braucht Kohle, wer braucht Eisen? Okay, Eisen zum Handel wäre nicht schlecht, oder? Nehme ich mal mit. Und Diamanten habe ich jetzt wirklich keinen Bock mehr. Das geht mir auf den Sack. Ah, ich bin auch Sachen gewesen. Ah, Kevin, ich habe eine Idee. Wir können ja, ähm, auf der Welt, äh, sagen wir mal, fünf, ähm, verschiedene, ähm, Burg bauen. Kevin, du glaubst dir, was ich gefunden habe. Was? Bibliothek. Da hält. Was? Ich habe Minenschaft gefunden. Yeah. Ach schon. Und, ähm, dann bauen wir halt so, sagen wir mal, fünf, ähm, Burger. Und die sind dann protected. Und da sind dann Ender Chests drin. Okay. Und dann machen wir die halt so eine Fahne, Rot, Fahne Blau, Farbe, Fahne Gelb und so, ne? Okay. Und dann kann man die halt einnehmen. Und wenn da halt einer drin ist, so töten man die. Das heißt, es geht dann um die Burg, weil die Burg halt ist auch halt stark, ne? So, jetzt Lava, hau ab, jetzt. Ja, so gut. Ja, danke. Bein hauen jetzt besetzt. Ah. So, ähm. Ach so, warum nehme ich eigentlich die ganzen Schienen mit? Kannst du mir das mal bitte sagen, Kevin? Was? Warum ich die Schienen mitnehme? Weil du sie brauchst. Wozu brauche ich die? Ich baue die doch gar nicht. Zum Drohnen sinnvoll füllen. Was? Zum Drohnen sinnvoll trü... äh, wöh. Zum Drohnen sinnvoll füllen. Ach so. Oh. Oh, warum deckt das denn manchmal so doll? Also ich sende, ich sende dann am Montag meine Festpläne zu dir noch. Okay. Ja, bestimmt sind da schon fünf Parts oder so. Ja, kann ich noch. Ich bin auch noch. Ah, Viertel kann man auch noch. Okay. Dann kann ich noch ein bisschen rendern. Dann vielleicht noch halt den Sieg. Willst du noch mehr oder weißt du... Ah, ne, dann das Black. Bei mir kommt es extrem gut an. Bei mir aber auch. Ja, was, was spielen denn wir dann hier halt ins Sieg hier? Ich hab jetzt meinen Kompass. Ah. Ich hab irgendwie sinnvoll verwendet. Sinnvoll verwendet. Das ist genauso wie mit... Ich hab jetzt schon drei Runden gewonnen. Beiden Sieg. Wow. Was hast du genommen? Unterschiedlich. Mal ein Amboss. Mal ein Zahn. Mal eine Werkbank. Kevin? Ja. Grusel. Ah, das ist ein Creeper. Ich dachte schon. Da lief nämlich einer auf... Sand, äh, nicht auf Sand, auf Erde. Und ich hab kein Zombie-Geräusch gehört. Dann dachte ich, das wärst du oder so. Ich brauch jetzt wirklich langsam essen. Ich hab genügend Essen. Willst du dir schon was geben? Was? Willst du mir ein bisschen was geben, bitte? Wie soll ich dir das geben? Und was wird es mir dazu geben? Und, ja. Wir können es Holz haben. Holz, Kevin. Also wir haben Timbermord drauf. Also ich bitte dich. Außerdem slash open. Achso, die Server-IP steht in der Beschreibung. Sushikonad-MC.de. So einfach. Ich könnte dir mal einen hübschen Spruch sagen, ne? Das hab ich nicht gesagt. Das hast du gesagt. Wow, ist leck, le, 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 he. Du kannst die Maus einen Tickerle schneller machen, Mann. Ey, ich find so viel Eisen, ne? Das ist so krass. Au, au. Nein, ich darf jetzt nicht wegen dem... Nein, ich darf nicht wegen dem Monster sterben. Zwei Leben. Einerthalb Leben. Wenn ich gegen Monster verliere, ist das peinlich. Tja. Vor allem warst du ein Ball-Chicken, ja? Verfickte Scheiße macht... Was macht die denn hier alle bei mir? Ich bin hier keine Hauptattraktion oder so. Wow. Scheiße. Ja, wenn ich mein Diamantschwert verliere, ist das etwas scheiße. Achso, Slashback ist erlaubt. Oh, ist auch für die Player dann auch erlaubt hier. Damit man direkt kämpfen kann, aber weil man halt den Loot hat von den Gegnern, bekommt man den nicht mehr so leicht. Ja, mein Haus wird nicht so spektakulär. Sagen wir mal ein gläckisches Quartat auf mich. Ja, rate ich dir auch, weil... Wenn das morgen weg ist, dann... Dann Rage-Crit. Außen voll in hoi. Einfach. Ja, Rage-Crit. Bei Kaufer sag ich nur. Das ist doch du, ist kaputt. Haha, das war geil. Das war so geil. Äh... Autsch. Ey, ich nehm die... Oder vielleicht braucht ja jemand ne Rail. Ne, ich glaub keiner braucht ne Rail. Ne Mücke! Mücke vor meinem Bildschirm. Okay, tot. Natürlich habe ich nicht gegen den Bildschirm gehauen. Keiner hat jetzt so übelst fetter Fleck auf dem Bildschirm. Ne, 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 ne. Das ist so übelst fetter Fleck auf dem Bildschirm, aber ich seh nicht. Kennst du Karate-Cat? Äh, ich hab den Trainer. Ne, der ist mal Kick-Ass. Ja, ich kenn's. Also hast du ihn gesehen? Ne, gesehen nicht, ich hab's nur gehört. Okay. Ja, da, äh, macht Jackie Chan... Oh, am Anfang würde er die Zuschauer beeindrucken. Und... Oh Mann, ich bin gleich tot. Ich bringe den kleinen Ding hier. Äh, ja, und, äh, als man Jackie Chan als... Als erstes sieht. Ähm... Ist der da gerade so? Mit dem Stäbchen? Und da kommt so eine Fliege an. Und dann... Und dann, äh, fängt der die Fliege. Mit dem Stäbchen. Und isst die dann. So ganz lässig, so. Zack. Und dann... Ich hab das in einem langen Film auch gesehen. Da ist so... Da läuft der so einen Weg entlang. So ganz lässig, ne. Und in der Luft kommt ein Flugzeug. Okay. Er fängt an zu rennen. Der Flugzeug kommt immer nachher zu ihm drunter. So, er legt sich in der Flugzeug, fliegt über ihn drüber. Was war's? So ein Spielzeugflugzeug. Ach so. Oh, das war wirklich aus, ob so ein richtiges wär. Ach so, ja. Das war mein Lauf war. Perspektive. So, Leute. Meine Spitzsacke ist schon wieder kaputt. Warum das denn? Toll, ich hab keine Spitzsacke mehr. Muss ich mir eine craften. Toll. Ah, ich sterbe jetzt. LOL. Ach so, das war ein Lichtpark. Ich dachte schon, Alter. Auf einmal geht die... Geht's hier Licht an. Ich weiß nicht, wenn ich immer in den Winter geguckt hab. Ich dachte schon... Oh, oh. Kevin, der hat sich... Was? Ich dachte... Oh, oh. Wieder her mal an. Symbole filtern an. X-ray, ich muss mir gleich wirklich X-ray holen. Öl-Diamanten-Namen. Das. Ist noch anzunehmen. Ja, Kevin, jetzt weißt du genau, wo ich bin. aber du hast keine chance gegen mich war einfach mal karte größer normal groß richtig das ist eine kuh ich bin keine kuh kevin das kann ich dir jetzt schon sagen neutral mache ich mal an so ich sehe gleich wieder die sonne was ich bin gleich bei 64 ja ich höre es regnen so ich hab von mir ausgestellt wo und hier ist ah wo bin ich ein Stich als um ein Portion ich müsste glaube ich dass er so Alarm kommt auch ich glaube ich weiß wo ich bin am Spawn bin ich wirklich ich bin fast am Spawn gelandet Details leistung ich bin hier gerade ein bisschen am rätseln wie das geht Willenmodus, Original Mod nein, Größe groß äh wo bist du? am Spawn ich bin rausgekommen da würde ich Cookies machen Kevin oder Dave Steaks, so richtig saftige Steaks sind viel besser glaube ich Boah, dann machst du mir Hunger, ey so richtig Hunger, Karl oh nice, ey das wäre nice jetzt so ein saftiges Steak Boah, wie dumm bin ich denn? öh keine Ahnung ich würde sagen, dass ne noch nicht so, es liegt immer noch hierher ich liebe es glaube ich mache hier so mehrere Ebenen einmal eine Vorgraben wo Türme sind dann, ähm, so links ist so eine Safe Zone wo man erstmal schwer reinkommt damit grenzt du wie Obsidian jo, das werde ich jetzt machen was, was werde ich jetzt machen? ne, eigentlich das, was du gesagt hast was ich mir jetzt gerade ausgedacht habe hey, ich dachte schon nee, das wäre ungünstig, wenn du das machen würdest mit Obsidian äh, müsstest du drei, vier dicke Wände machen und das kostet vier Ressourcen ah, ich muss essen, habe ich gemerkt boah, wie viel Hunger man hier bekommt sehr krass sehr krass so, ich würde nicht haben q, danke du bist ein Schatz was am Spawn aber ich muss das alles noch konfigurieren, dass die beiden Welten zusammengehören was ist jetzt geplant, nur die Schummer sind was ist es morgen Sehr komisch. Mit Schneebeeren kann man keinen Schaden machen, ne? Warum? Nee, ich wusste nicht, ob ich farmen soll oder nicht. Boah. 38 Steaks, Kevin. Was willst du mehr? Was willst du? Kannst du nichts mehr dagegen sagen? So, ähm, dann mache ich mir mal eine komplette Eisenrüstung. Oh, geht der gar nicht. Hoch genug sein. Nein! Okay? Ach, das wäre nice. Ich weiß, glaube ich, was du versuchst. Nein, nein, versuch ich nicht. Das wäre wirklich schlau, aber wenn man Zens hätte... Ja, klingt nicht hier. Also, was ich da gerade denke, das wäre cool. Weil... Wir müssen auch rum wie in dieser Welt TNT erlauben. Kevin, Skyblock wäre doch nicht schlecht. Wie kommst du da drauf? Also, wenn du das machst gerade, ne? Also, ist mir gerade so eingefallen, als du gerade von der Höhe gestorben bist. Und als du gerade dich selber getötet hast, damit du diesen Stamm da wegbauen kannst. Achso, nee, ich... nee, nee. Ich habe mich nicht auch selber getötet, ich hatte einfach nur Hunger gehabt. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist einfach nur Hunger gefallen. Was? Okay, aber trotzdem, das ist Skyblock wäre richtig schle... nicht schlecht, sondern gut. Das ist ein Spruch, wollte ich sagen. Das ist ein bisschen klar, oder? Okay, man, ich habe einen ganzen Tag jetzt. Oder? Was denn? Oh, denn? Könnten wir machen. Oh, ich... voll viele, voll viele Kühle, 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 Kühle. Warum springst du mit diesen Sprungen ein Tod? Warum springst du in den Tod? Keine Ahnung, bis zum nächsten Mal. Okay. Dann muss ich aber noch kurz sortieren. Ich aber. Leute, meine Zuschauer sehen mich noch. Und ich tue alles weg. Muss ja alles barrikadiert werden. Ich muss ja mal Sachen erstmal wiederholen. Äh, verrottes Fleisch kann man zu Leder machen auf diesem Server. Die... ja, das ist viel besser. Äh, Eisen... ja, Stein wegmachen. Bogen brauche ich. Äh, Pflasterstein brauche ich nicht so viel, das ist ja krank, gär. Dann sortiere ich das mal hier alles. Ja, die Raids schieße ich jetzt auch, also mach ich gleich weg. Braucht keiner. Und das Buch von SSI brauche ich auch nicht mehr. Oder? Boah, ich nicht mehr. Slash kill. Oh nein, ich hab doch Levels. Gehen die Levels weg? Äh, ja. Nein, ich hab jetzt mal Levels nicht weggegangen. Ne, okay. Dann war das das Ohne rechte. Okay, ich hab hier... Ich hab hier Level 39. Okay, noch mal ganz kurz mit Game Mode, ob ich das mal ein Symmetrischen wort hab. Ja, ich lebe Level 22 und am Spawn habe ich 9 zu... Wollahle 1. Tööö. Tööö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, Kevin, äh. soll ich jetzt auf Neunstellen? Hab schon. Okay, also du beantwortet. Hey, was machst du denn weiter oder was? Nein, nee, ich hab nur was angerguckt, ob ich es symmetrisch gebaut hab. ja dann leute das war's und ja bis gleich oder bis dann also bis dann ist am besten das muss so beendet werden heute ja kevin sehr 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 geil okay es wird heute so beendet du kleiner fiesling hier wie echte männer hier so geschützt wird wie echte männer geschlagen scheiße du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht ja hier klein ja da habe ich doch natürlich keine chance mit diesem battle beende ich dieses let's play und tschüss leute